Entschuldigung, ist das das Taxi zum Edge-Side? Dann erklär mal, und wenn ich geh zu Johannes, bekehr mal Auf dem Weg Richtung Sonne, ich begann, mich dem Licht hinzugeben Weil ich ja durch ihr hoffte, nur noch mehr zu erleben Noch vergeben Sinn, es ist scheinbar wirklich so Umso freier du bist, umso näher ist dein Tod Ich Idiot, ey Scheiße, was mach ich jetzt nur? Ich hab weder eine Stütze noch ne gehende Uhr Als ich erfuhr jede Hand...